Herzlich Willkommen zu einer weiteren Aufnahme Star Wars Battlefront zusammen mit Markus und Futur. Diesmal wieder auf der Seite der Imperialen. Diesmal gewinnen wir. Aua. 3. Bleib hoch, bleib hoch. Oh, Partner, ich hab dich gerecht übrigens grad. Ich hab grad nen Partner Revenge bekommen. Ich treff wieder Sniper, nix. Ey, wir müssen mal die linke Seite da halten. Boah, leck, alter, die rechte Seite, man, da geht jetzt. Hast du da über die Mitte, oder was? Ja, alle, 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 alle. Futter, keine Ahnung, stimmt. Wahrscheinlich will ich grad nur, oder? Na, Futter, was machst du gerade so? Ah, 0,2. Cool. Alter, warum sie die Granate nicht mehr hoch? Pay to Spawn, please 2, game. So, jetzt. Wir haben, ähm... Wir haben, ähm... Juhu, eigentlich... Wir haben wieder, ähm, ähm, hier. Unseren... Death. Ich hab sie wieder ausgeschaltet, die linke und wird dabei wieder gestorben. Aber egal, ich hab sie wieder ausgeschaltet. Schaltet sie grad wieder irgendjemand ein. Äh, die... Luke kommt. Luke ist ganz so anders wie ihr, glaub ich. So, ich geh, ich geh in die Luft. Ich bin wieder in die Luft. Ich bin oben drauf. So, ich hab wieder den ersten getötet. War meiner Headshot. Und jemand war diese Station da unten noch. Ich weiß, er kommt hier hoch. Boah, Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ihr müsst mal in die Dinger einnehmen, ey. Ich kann hier aus der Luft nichts machen. Ich kann da rein sprayen und... Und euch erste Priority geben. Aber das war's dann halt auch. Da hab ich wieder einen Kill gemacht. Aber ich kann halt immer nur einzelne Leute attackieren. Und dann wegholen, dann muss ich wieder eine Schleife fliegen. Ich hab wieder ein Flugzeug weg. Komm schon Leute, Concentration. Was machen wir? Oh, oh, meiner, meiner. Ich will nicht das Imperialer verlieren, weil das ist richtig feindlich. Oh, Missle incoming! Weg hier! Dei! Nein, der hat mich getötet, wo ich in den AT-SC rein wollte. Da hat er mich genau dann getötet und jetzt hab ich ihn nicht mehr. Das kacke. Genau in dem Moment, wo es abgelaufen war. Da haben wir wieder ein Gegner durch das Flugzeug weggeholt. Alter, fünf Zweichen hier. Irgendwie hat er mal geschlecht. Und wieder ein Gegner weg. Ich hole hier ein Flugzeug nach einer anderen. Alter, ihr müsst da unten mal irgendwas reißen. Ihr habt kein einziges gegnerisches Flugzeug in der Luft. Ich töte die gerade alle die ganze Zeit. Ja, aber die kommen da rüber. Und ich töte auch die ganze Zeit die Leute, die an den Links dran sind. Die töte ich ja auch noch. Weil ich Raketen die ganze Zeit in eure scheiß Linksweinballer. Ja, das ist auch. Der Link ist doch definitiv deaktiviert. Was ist denn? Ja, einer vielleicht von zweien. Und schau mal, wie viele Y-Wings die haben. Jetzt erzählen wir nicht, dass ihr gut gespielt habt. Unsere Seite ist nicht. Meiner, Markus, der weg. Markus kämpft aber. Wird vom Test geflogen. Ja, aber er kämpft. Der nächste hat wieder eingeloggt. Dann müssen wir an die Linke holen, ey. So, was habe ich? Ein Squad-Shield. Ich weiß nicht, wie viele Dinger die haben. Kein nix, Mann. Das sind nicht mal Gegner. Ich wollte euch. Oh, jetzt haben wir endlich ausgestattet. Ja, wir haben ihn gerade doch da waren gegnern. Wir haben ihn gerade überrannt. Oh, jetzt kommt's. Angriff Oh, ich kann AT-AT steuern Wo sind sie denn? Wo sind sie? AT-AT time So, ich bin im AT-AT drin Ich weiß nicht wo die sind Das Problem habe ich gerade auch Ich nicht weiß von wo die schießen Also kann ich mich auch nicht wirklich verteidigen Aber ich glaube die sind alle an dem rechten Punkt Ja, ist das Oh, einer ist direkt down schon Ist das meiner nicht, oder? Ist das meiner? Ne Ist das nicht meiner Der eine ist bei 18% Äh, hier, ich hab's vielleicht direkt vor mir Alter, hier steht von meinem Ich töte den Typen Das direkt Ich hab, ich hab Ich hab den Hero getötet Ich hab' ich glaube Tod gelaufen Einfach Das steht Direkt vor meinem MG steht der In Squatch Schild von dem Ich kann nicht durchschießen Einer ist verloren Ja, ich bin auch nicht mehr so fit Ja, ich bin auch nicht mehr so fit Also das noch mehr zum dritten Ja, das ist richtig scheiße Wenn der andere da ist Ich müsste eigentlich noch Ich dürfte maximal 5% verloren haben Wir müssen jetzt halt die Uplink schützen Wir müssen jetzt rein, wir müssen rein, rein, rein Wir dürfen jetzt keine E-Wings holen Der äußere ist leicht zu halten, der innere wird schwieriger Oh 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 fuck Ah, ja, ich will, ich will, ich will Was ist das? ATA ATS Jawoll, hab ihn Wir haben schon wieder einen, abhör, wir haben deaktiviert Ja, das war ein Markkurs Und ich hab' uns das Squatch-Shield hingestellt, damit wir auch noch Deckung haben Alter, schießt denn da auf mich mit dem freckigen Waffen Boah, fuck, wie hat der mich noch weggeholt Killt bei Mili Ja, klar Getötet bei Nahkampf Aber der, der, der Spieler heißt Nahkampf angeblich Weil der auch in dem Moment gestorben ist Also mich hat ein toter Spieler totgeschlagen Äh, Luke Wir müssen wieder in den inneren, der äußere ist leicht zu halten, der innere ist das Problem Ja, ich komm mit dem, äh, Walker Ah Mit dem Walker kannst du nicht an den inneren Ja, in der Walker ist auch gottisch Ja, ich hab's dir gesagt Ich bin dran vorbeigelaufen, ich bin geblieben Ja, das funktioniert auch nicht Hey, hab ich gemerkt, dass es nichts saugt Was hab ich? Boah, smart rocket launch, das bringt so viel gegen Rebellen Ja, du wirst die one-hitted, wenn du zielst Markus, gehst du von drüben rein, ich geh von hier rein Ich geh von hier rein Ich hab deaktiviert Ich hab deaktiviert, so Ich hab deaktiviert, Alter, yes Aber jetzt will ich dich tot Von Tree Turin, oh, das ist, das taugt was Der, der ist auch richtig gute Infantry Turin Und schützt dich mal ihnen rein, ne Critical Kill Assists Hast du dies wieder aufgebaut? Ja, ne Ja Es explodiert einfach alles Machst du weg grad, oder was? Ja Sauber Ah Ich hab den der Granate entgelegt Haben die Schüler einen Link? Nein, ich bin alle tot Ja, dann hol den Äußeren, Markus und ich sind alleine im Inneren Wir können nicht mehr machen Ich bin jetzt auch in der Nähe vom Inneren Ich hol lieber den Inneren Hä, den haben wir doch So, hol doch den Äußeren Den Inneren haben wir doch Dann komm ich nicht so schnell hin Ich lauf einfach Ich bin direkt hinter euch gespawnt Was soll ich denn da rüber rennen? Ja Irgendjemand muss da rüber rennen, Futur Und Markus, ich hab keinen Alleingang die Ding geräumt Wir laufen von hinten Oh, null Weivings, Alter Next Uplinks, wir haben's geschafft Nice Und jetzt bei den anderen, die waren nochmal schwer Die nochmal ohne zu machen ist auch schwierig Soll ich in die Luft gehen? Ja, nein Ich weiß nicht, ob ich aus der Luft Da kann ich ja gegen die Infanterist nicht, was ich hier mache, ne? Ja Ah, jemand anders hat den Ding schon genau gut Dann bleib ich am Boden Ich bin 40 Meter weg Hey, da vorne ist ein ATSD Ich kann euch verstärken Come on ATSD ATSD Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Die machen mega den Spawncamp Bei die ATSDs Und ich kann nicht mal mehr spawnen, Alter What the fuck Ich bin schon wieder zurück Ja, den ersten haben sie ja zwar Ach, DF9 Fuck, den ersten haben sie schon Das Problem ist hinten, ist das fuck DF9 Der Ball ist einfach alle weg Ja, du kannst doch mit der Satellitenschüssel Nimm eine Satellitenschüssel Du kannst den one-hitten Wo ist der? Dann die Satellitenschüssel Da links Ganz links außen An den Bergen Der an dem Ding direkt, oder was? Der ist down Der ist down Wir müssen sie den Ablinken töten Ich habe den DF9 direkt an dem Ablink gekillt Aber jetzt ist noch ein DF9 direkt bei uns auf dem Weg quasi Okay, ich habe einen Interceptor Oh fuck, das wird heftig Das wird heftig Keine Granaten, nix, hau Scheibe in den zweiten Ja, wir haben auch gleich den dritten, wenn wir nicht das machen Oh, ich komme nicht rein Oh, ich komme nicht rein Okay, wir haben einen weg Ich nehme einen weg Ich nehme einen weg Ich nehme einen weg Ich nehme einen weg Das wir taten Drei Bomben, die wir jetzt schon haben Okay, ich habe wieder ein Gegner durch den Speed-Dings weggeholt Ich komme nicht mal an die Nähe von den Dingern ran Ich komme nicht mal an die Nähe von den Dingern ran Ich komme nicht mal an die Nähe von den Dingern ran Ja, dann lauf taktisch klüger Ich lauf durch die Schützengrillen Der lauf gibt los 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 Unz deine Granaten-Taktisch Um die Gegner im Vorbau zu zurückzudrängen Ich habe keine Granaten Du hast da keine Granaten Du hast da keine Granaten Das sind schon sovieler Runden mit uns gespielt Die Granaten kosten 300 Machst du jede Runde kostet 2x Granaten Ich habe debattierten Karten ausgerüstet Das kannst du aber auch ändern Oh, ich habe, äh, ich habe Luftangriff das hälst ihn rechts ein, weil das so viele sind ich hab links er hat gesagt, es geht keiner hin und holt sich das haben sie den nächsten Bomber vier stücke, es ist aber machbar es ist auf Zeit und sie müssen die Gegner halt nur töten ihr müsst einfach voll upgrade und sie alle töten ich halte denen ihre Flugzeuge auf die Flugzeuge von denen die kommen nicht durch ich bin mehr tätig hab nichts besonderes keine Waffen gar nicht er macht jetzt aber nicht die Flügel seit der Tüte sie alle ich bin ein neues Flugzeug direkt halte das wird so eng wait was? Zombies? wir müssen jetzt irgendwie Dinger abschieben, die Bomber ja ich bin gerade dabei, ich bin ja noch in der Luftfutter ja ne die kommen ja jetzt noch oder? nein 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 die sind schon da die Bomber fliegen die ganze Zeit, ich hab die Bomber weg eine von beiden aber einer fliegt noch ey ich verkackst jetzt total ach so die Y-Wings soll ich wegschießen jetzt kommen sie die Y-Wings wegschießen, das möchte ich nicht hinkriegen sorry dafür habe ich viel zu wenig Zeit wo ist mein ADST? wo ist mein ADST? alter wie weit hinten ich gesporn bin einer von denen ist dran von den Flugzeuge schießt das Flugzeug ab das außen rum fliegt ja ich bin ja dran ist der down? ja jetzt haben wir alles Markus, du solltest es schaffen oder was sagt er entnehmen? ist das Arscheng hier ist das Arscheng, aber richtig Arscheng so irgendwie ein Arsch auch nur werden kann alter 33% ich habe zumindest wieder eine von denen getötet oh fuck, einer kommt noch komm schon, komm schon komm schon du musst in die Gegner ich sehe keine Gegner ich sehe keine Gegner ich sehe keine Gegner jaaaa bom bom boah ich bin negativ, kann ich ja lecken ja ich bin auch 18,12, du hast es einfach nicht drauf du bist so ein Noobster du bist so ein Noobster warum bist du eigentlich bei uns? du bist ein Noobster du standest auch hier noch nicht weißt du, Markus und ich steht hier regelmäßig so, ich gehe weiter boah, richtig geil gespielt Leute richtig geile Runde ich würde sagen, das war's dann auch heute erstmal wieder mit den Aufnahmen wir sind uns das nächste Mal wenn es dann wieder weiter geht mit Battlefront und bis dahin Servus und Ciao Ciao und bis dahin